Der erste Tag im Trainingslager, er beginnt nicht wie sonst, nicht mit einer Laufeinheit, sondern mit einer Fahrradtour. Runter vom Rad und rauf auf den Platz, das ist hier hinter mir, das ist die erste Einheit im Trainingslager in Neupin, hier im Volksparkstadion. Der einzige, der nicht dabei ist, ist Niklas Moisander und so sieht das dann aus, das spezielle Aufbauprogramm von Christian Pfanda für Felix Wiedwald und Jaroslav Drobny. Nachher kommen auch noch die anderen dran, sieht auf jeden Fall schweißtreibend aus. Wunderschöne Anlage hier in Neupin, morgen geht es dann erstmal nach Berlin zum ersten Testspiel. Die Tore seht ihr natürlich bei uns bei Werder TV. Hier bei YouTube gibt es noch weiterhin schöne Videos von unseren Trainingseinheiten und auch einiges andere zu sehen. Also Kanal abonnieren und nichts verpassen.